schön dass du wieder dabei bist und willkommen zurück bei einer neuen folge let's play sky tech mit siebst lp hallo 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 so jetzt erst mal schön jetpack kraft ist die jetzt endlich mal endlich mal endlich mal ja ich hab ich habe auch nichts vorbereitet nein habe ich nicht moment ich wollte leute ich hab ordentlich verpasst im stream ihr habt richtig viel verpasst ja ich zeig das mal unten hier kurz schon mal bei mir hier hat das war ich nicht das waren sips uns gehtner selbst altar raum zeugs ausgebaut oder ganz viele spawner reingepackt man sieht es vielleicht von hier ja da sind irgendwie zwölf stück drin oder so wenn man sich hier hinstellt und einfach draufhaut dann kriegt man ganz viele tolle label dort auf jeden fall bei uns aber war er braucht es braucht es nicht noch rubber ich habe in den extraktor getan na gut und wir haben jetzt die unendliche lava oder energiequillen die habe ich im stream hingebaut moment das wollte ich auch noch eigentlich lico ja hatte ich bin da unten so jetzt den anderen teleport im moment da also schon also wir haben jetzt lizo und ng cell genommen und halt die die etwas schlechteren pipes und so weil die heftigen sachen halt auch viel mehr gekostet hätten und ja dadurch gewinnen wir jetzt einfach unendlich strom und wird noch nach hinten in den in den geothermal generator gepumpt und von da aus machen wir aus den rf machen wir eu es war scheiß übersetzung weil da ziemlich viel verlust ist was heißt verlust wir haben unendliche energie klar macht man ein bisschen verlust aber unendliche energie ist immer gut passt da unten der mfe ist auch voll und hier steht ja der messfabrikator der ist auch erst mal so mit jojometer voll und hier der scanner und da wollte ich erst mal den replicator bauen und dann den pattern storage heißt es ich habe endlich renforced stone kraften können ja soll ich mal zeigen wie das geht soll ich irgendwas renforcen ja kannst ja mal machen warte ich mach mal hier vorne die hauswand soll ich soll ich die wand draus machen oder ist das dann zu dauert das weiß weil es dauert lange das wieder abzubauen ne ach so ja scheiße egal ich mach das einfach mal wo ist das jetzt nein ist es weg oh nein nein stopp ich habe hier schon angefangen mit dem replicator aber hier braucht man viel für und da braucht man so kack diamanten überall für er hat er noch ein paar steaks script drin ich glaube takt ja drei stück nimm dir gönn dir ja ich kann damit nicht viel anfangen oh jojometer ist voll ja ist durchgelaufen als ich den mfe angeschlossen hat letztens lol jetzt weiß ich auch nicht wie die dinge heißen die hier eigentlich brauchen wir jetzt noch pumpen und so ne und tanks für jojometer ja damit wir da drin abfüllen können ja theoretisch ja man kann das auch direkt machen iron tank man kann das theoretisch auch direkt machen da iron scar scarfall normales glas geht auch so packen wir das hier rein okay ich mach erstmal nur so das reicht glaube ich und dann muss man oh jetzt muss ich wieder gucken wie das geht cf das pulver herstellen haben wir noch glas irgendwo äh ich hab noch 28 oh dann geht mal bitte da na jetzt soll hier haben wir noch die die fluidux für flüssigkeiten damit kann man halt flüssigkeiten transportieren ich weiß halt nicht wie das ist ob man dafür auch äh dingenskirchen braucht hier wie heißt das ne pumpe ne braucht man glaube ich nicht hä aber ich weiß nicht ich hab das mal ausgetestet ich hab's wieder vergessen hier war doch noch da ist noch klei da ist er das jetzt nicht in einer unpassenden stelle hingemacht ey warum was denn das weil ja das reforced ding hier weil ich hier gerade was hinbauen will ja gut aber warte man kann das auch noch abbauen wieder man kann das wieder noch abbauen noch kann man das machen so wo willst du was hinbauen das fließt nicht ab ne sowas brauchst du ne sowas das funktioniert das damit überhaupt klar aber das ist doch ist doch ein tank ist doch mb und da passt mb rein keine ahnung also braucht man doch ne pumpe dafür bau ne pumpe dran ich weiß aber nicht was ich da für eine brauche das ist das problem ich kümm mich damit nicht aus warte dann mach ich das ding erstmal wo an obwohl dann baue ich das erstmal auf die andere seite ja lass das doch da pass doch jetzt ja gut okay wenn du nichts mehr anbauen willst dann ne ne das ist schon alles so da muss man nämlich noch boah das ist voll kompliziert so vorher erstmal die ganze zeit einfach nur zeigen milk warum ist die milk ah ne doch nicht dunkel hab ich schon gedacht die ganze zeit einfach erstmal zeigen wie das funktioniert was man eigentlich die ganze zeit schon im stream gemacht hat aber das haben wir ja nicht gesehen ja ich muss schnell einen einmal craften nein äh ey das ding produziert an sich schon sauviel EU von selbst gtf kann der lava fabricator vollkommen gut sein so dann packt man da nämlich wasser rein so packt das da rein dann wird das so kacke dann muss man das so abfüllen dann wird das so kacke so dann hat man das hier in der durchfall mann in der kanone und dann muss man das da so drauf spritzen und dann wird das hart aua hab nix gemacht Aua Hahaha Aua 覆 honey Oo Chiss ich geh mal meine Turtles besuchen ich wollte weiter den replicator bauen Der ist teuer. Aber, warte mal, der Pattern ist drin. Kannst du dich geflasht? Ach, irgendwas ging davon, glaube ich nicht. Genau, und zwar müssen wir hier so ein Crystal Memory smelten im Alloy Smelter, aber... Moment. Was? Crystal Memory Alloy Smelter? What the fuck? Nein, ein Crystal Memory im Alloy Smelter smelten. Ach so. Aber ich habe das Ding schon, aber der Alloy Smelter funktioniert nicht hier. Den habe ich nämlich abgebaut von unten. Ich weiß nämlich nicht, wie der funktioniert. Wie man den anschließt. Das brauche ich. Turtle findet Kohle und sonst nichts, oder was? Oh, Diamanten. Nichts findet das scheiß Teil. Oh, Diamanten. Essenzen. Oh, ja. Geil. Endlich lohnt es sich. Oh, ja. Ja, geht. Ich meine, Lohn ist was anderes, ne, aber... So, das brauchen wir. Na, komm, Turtle, komm. Ich habe dich. Ja. Ja, ob du mal ein bisschen Stein hier oben im BTF. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich die Turtle wieder losschick. Aber woanders lang, Alter. Äh, ach so, okay. Ich weiß jetzt wieder, was ich machen wollte. Wo lang soll die jetzt buddeln? Das ist jetzt die Frage. Hä? Kannst du es nicht einfach... Hä? Wie daneben, wo sie sonst auch immer war, oder? Na ja. Komm, das ist ein Thema. Ich kann nur entscheiden, in welche Richtung. Ja, habt doch mal ein bisschen Stein dabei. Krass. So, das kann ich schon mal gucken. So, ähm... So. In die Richtung. Mach ich hier nämlich die Dings hin. Moment. Die Kiste. So. Die Kiste kommt da hin, genau. Die Turtle kommt... Kommt in die Turtle hin. Eigentlich müssen die da oben anfangen, ne? Fällt mir gerade auf. Ja. Das kann man hier rein. Dann machen wir das. So, wie viel Eisenplatten brauche ich denn ungefähr? Acht Milliarden. Wir haben echt wenig Eisen. Ja, ich habe fünf Eisen hier in der Turtle gefunden. Fünf. Unglaublich, oder? Fünf Eisen. Das ist so wunderschön. Ich weiß noch nicht, warum die Turtle wieder aufgehört hat. Wahrscheinlich, weil eine Null-Uhr-Heil-Server-Reset war oder so. Voll geil. Hör ich mich richtig auf. Hört einfach mal auf. Oh. Das brauche ich auch nicht mehr. Na, 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 na. Wird ja schon wieder von einer Fliege belästigt. Du mit deiner Fliege. Ja, scheiß Gewitterfliegen. Das sind richtige Schnitzelgesichter, ey. Die hören ja auch nicht mehr auf. So, was braucht man hier? Okay. Refuel All. Hast du genug? 6.000? Ja, jetzt mach Excavate. Excavate. Zehn. Obwohl. Zehn. Ah, ha, ha. Ne, fünf. Die macht jetzt mit Absicht nur fünf. Ha, ha, ha. Weil, ja, guck mal auf die Uhr. Wir haben jetzt kurz nach elf und um zwölf Uhr wird der Server resettet. Am Tag auch? Ja. Der wird ja nur nachts resettet, oder? Ich mein, auch zwölf Uhr mittags, so wie ich das verstanden hab. Das wär ein bisschen kacke. Das find ich allerdings auch. Zack. Zack. So. Das haben wir hier schon mal. Äh, ein so'n Ding hab ich oben noch. Tun wir mal schnell. Kannst du pennen? Ich bin grad auf dem Weg zurück. Dauert nicht mehr lange. Was kann das eigentlich? Frequence Transmitter. Okay. Äh, boah, diese Kabel, die sind so teuer, ne? Silverdust. Ah, ich brauch auch... Haben wir Silverdust noch? Ne, ne? Hallo. Hallo. Weißt du, können wir schlafen? Ach, ne, wir sind ja noch zu dritt, ne? Stimmt. Ja, ja, eben. Nein, ich back wieder rum. Backe, backe, Kuchen. Legge. Der Hitler hat gerufen. Der Führer. Hitler. Hier ist auch noch Crushed Iron Ohr. Boah, Fleischer! Flieg mir doch direkt in meinen Mund rein, damit ich dich aufesse. Wittesch, Eif? Mach. Nein, ich brauch auch den Macerator. Da ist ja noch einer. Ich dachte, du willst den Ohr benutzen. Woll ich gerade auch. Habe ich jetzt nichts gesagt. Warte mal, die Crushed Iron, wo wollten wir die nochmal hintun? Der Crushed Iron muss doch in den Ofen. Ja, wir können die auch nochmal in die Zentrifuge tun. Dann können wir noch mehr Sachen bekommen, aber... WTF? Ja, dann... Die zieht ja wieder krass viel Strom. Dann regst du dich wieder auf. Boah, geht, ne? Das dauert auch lange, bis sie aufgefahren ist. Ja, das Ding hier unten ist voll. Bis zum Anschlag. Hör, da geht gar kein Strom mehr raus. Irgendwie kann das... Ja, weil das von oben nachkommt. Ne, aber das... Weil sonst steht das ja auf 3,09, aber stand es nicht. Aber jetzt wieder. Ja, oben ist auch plus minus 0 eigentlich gerade. Hast du noch Glas? Äh, ich habe noch 4 Glas. Ja, gut. Dann hole ich kurz welches. Ist voll gut mit der Wüste hier. Ja. Ich habe keine Schaufel. Soll ich dir welches mitbringen? Oder brauchst du nicht? Bad. Glas oder Sand? Nö, ich hole jetzt einfach so ein bisschen Sand. Ja, ich hole nämlich auch gerade, deshalb. Dann mach ruhig. Doppelt gemoppelt hält besser. Oh, du hast ja jetzt auch das Jetpack. Ja, schwul, ne? Verliere ich eh wieder in den nächsten 3 Folgen, weiß ich jetzt schon. Mach nicht. Ich habe jetzt glaube ich schon 3 oder 4 Jetpacks verloren. Skate sagt ja auch immer so, ja, bald, da gibt es die Tränke und wir warten und warten. So. 28 Glas, ja, läuft. Das müsste fertig sein, ja, ja. Das brauche ich auch. Zack. Zack. Was ist teuer? Ist das so teuer? Na, ist doch scheiße. Man muss einfach 4 Diamanten pulverisieren. Und dann? Dann kannst du irgendwie, oder für 2 Diamanten gibt es ein Diamantkabel oder irgendwie sowas. Das ist shit teuer. Longfall Boots, da braucht man 2 Dias, Eisen. Aber du brauchst, äh, ne, du brauchst 4, weil du ja 2 Schuhe brauchst. Ja. Voll die Abzocke. So, brauchen wir noch was jetzt? Ah, so viel Eisen haben wir glaube ich nicht, oder? Ah. Ich brauche ein, ja. Silvian hat Spark. Äh. Ah, fuck, jetzt brauche ich wieder, ach man. Das ist immer so, ah, das dauert immer so lange. Das scheiß Advanced Alloy. Meine Kiste ist voll, was soll ich machen? Wuh! Longfall Boots, ihr Pisser! Hast du jetzt einfach gemacht? Ja, natürlich! Haut der auf die Kacke! Zieht der einfach die ganzen Diamanten ab. 4, 4 Dias. Die habe ich gerade aus meiner Töte geholt, Mann. Ich habe sogar mehr Töte, äh, mehr Dias gehabt in der Töte. Deswegen, das geht schon klar. Hier ist auch noch ein bisschen Eisen, das packe ich mal zurück. Äh, Tim. Ich würde das nicht machen, wenn ich die Füße dafür genug haben. Kann man machen einfach mal so. Schau mal, Spark hat hier auch nochmal zwei Dias drinne. Der hat noch Dia Essenzen. Boach Level 18, ne? Haben wir noch einen Hammer? Bestimmt. Forge Hammer? Ja, ach, die bräuchten wir eigentlich gar nicht mehr. Warum? Weil wir ja diese Maschine da haben. Ach, hier, der hat den, äh, Metal-Former oder was? Mhm. Lol. Scheiße, da habe ich ja schon wieder Eisen verschwendet vorhin. Egal. Ah, naja. Nummer 3, da brauchen wir noch 9. Ich habe immer noch, ey, ich brauche mal eben einen leeren Eimer. Hast du gerade zufällig irgendwo einen gesehen? Tatsache habe ich einen im Inventor. Ja, das ist sehr gut. Weil dann kann ich mal die Milch bei den Kühen raus. Soll, das wollte ich gestern schon im Stream machen. Bin aber irgendwie nicht dazu gekommen. Bei den Mukus. Ja, bei den Mukus. Muku, hallo. So, gleiche Milch weg. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich dachte, Dalu Card jetzt kommt und meint, uns hier zermetzeln zu müssen, ne? Aber wir sind doch in der Bude. Ja, gut, ich gerade nicht. Oh, oh. Sollen wir mal eine Glaskuppel über unsere Insel ziehen? Aber das sieht krass scheiße aus. Ne, eben nicht. Warum? Das sieht doch voll fit aus, wenn du so eine fitte Glaskuppel über dem Ding hast. Wenn du das schön baust, sieht das auch gut aus. Ja, habe ich jetzt nicht so den Reiz, das zu bauen. Ich auch nicht. Schreib mal in eine Turtle, die soll abmachen. So, das brauche ich schon mal. Du musst da nur Glas holen. Kann die das theoretisch? Ja. Die kann alles machen, wenn du willst. So, da. Da. Ich kack dir sogar ins Gesicht, wenn du das möchtest. Ganz viele Items. Der zweite Teleporter. Jetzt brauchen wir nur noch einen. Und noch andere Sachen. So ein Kack. Weiß ein Teleporter. So, hier, Nordop und so, die haben schon Teleporter zu allen Inseln. Ja, wir brauchen Dings. Wir brauchen das halt für den Replicator. Guck mal, hier ist jetzt der Retenforce Stone. Der ist jetzt gehärtet. Achso, der muss nur aushärten. Der ist jetzt fertig. Das ist wie so Baubeton, den man so spritzt. Spritzbeton. Voll hübsch ist das jetzt. Ich würde das ja mehr machen, aber dann müsste ich wieder so Dinger herstellen. Aber das mache ich später mal. Und ich bin der W19. Dann gehe ich mal in den Buchfahrzeug und hoffe, dass wir jetzt mal Fortune bekommen. Endlich. Fortune. 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 Ja, das immer Fortune, weil das auch so geschrieben ist. Fortune. Fortune wäre für mich so. Jetzt kommt's. Das wäre für mich Fortune. Genau, die Potion. Da ist klar, das... Aber das heißt doch Fortune. Fortune heißt es doch, oder? Das heißt Fortune. Also zusammen ohne Bindestrich. Deswegen sage ich auch Fortune. Ha. Entweder bist du dumm oder ich bin dumm. Einer von uns beiden ist dumm. Ach, das wollte ich mal. Nein, ich brauche Sulfur. Da muss ich ja in den Nether. Da. Was? Galu, Dalu. Wie tief, warum hat denn der ein G geschrieben? Hast du auf Englisch umgestellt? Nee, eigentlich nicht. Ach so, ich brauche eine MFE. Nein, ich brauche eine MFE. Ach so, ich wollte ja runter in deinem Buch. Das ist very good. Hä, wo ist denn... Ja. Niceer Scheiß. Was wollte ich... Ach ja, genau, ein Buch. Alter, Altzheimer, ne? Ich mache jetzt ein Buch. Was mache ich? Das Buch habe ich ja schon. Ich muss ja verzaubert. Dann brauche ich hier den MFE. Ich mache jetzt den MFE. Aber das Tor ja... Dieser Falling 3. Er leckt mich doch, Alter. Was machst du jetzt? Eine MFE? Hm. Noch eine? Hm, weil ich einen zum Craften brauche. Ach so. Ach nee, ich habe das schon. So, anfassen wir viel Strom, ey. Super nice. Voll geil. Hä, wo ist denn da? Das Ding, das geht einfach nie mehr leer. Das bleibt für immer voll jetzt. Was denn? Das hier unten? Nee, das hier oben. Was denn oben? Der Thermal-Dingens? Ja. Voll geil. Aber es wird bald sehr leer sein, wenn ich das wieder an die Dings anschließe, ne? An den Messfabricator. Ja, wir müssen erst mal gucken, davon die Flüssigkeit. Ach, hier ist er ja, der Reinforcer. Wir müssen erst mal die Flüssigkeit woanders hinbekommen. Ich weiß noch nicht, welche Pumpen wir dafür brauchen. Kannst du theoretisch auch noch so ein Ding bauen und dann haben wir einfach zwei? Warte, ein Chunk? Oder meinst du das Energie-Ding? Ja, das Energie. Nee, wir brauchen kein zweites Ding. Wir brauchen nur mehr von diesen Magnetic Dynamos. Mach mal. Warum? Dann haben wir mehr Strom. Ja, bringt nichts. Wir brauchen bessere Kabel. Ja, aber das entlädt sich doch krass schnell, oder? Nein, mit 80 Tick pro Sekunde. Wir brauchen bessere Kabel. Wir brauchen eine Redstone-NG-Cell. Wir haben nur eine Leadstone-NG-Cell. Ja gut, aber Kabel kann man ja dann machen. Naja, aber wenn du die Kabel hast, bringen die nichts, weil du nur die alten Geräte hast. Weißt du? Boah, das ist ja voll kompliziert. Warte mal, die Fluid-Ducts. Ne, aus welchem Ding sie sind? Die sind aus Thermal Expansion. Ach du Scheiße. Ich brauche jetzt... Ich muss... Nein. Ich pulverisiere doch jetzt nicht. Zwölf Diamanten, sind die blöd? Man braucht vier Diamanten für einen... Boah, Alter. Ne. Er rastet voll. Boah, Alter. Ne. Ja, für einen Energy-Crystal braucht man wohl vier Diamanten. Das ist doch voll die Abzocke. Ganz schön günstig. Voll teuer. Also, Portable-Tanks. Keine Ahnung. So, das Ding habe ich noch oben. Wo sind denn hier mal Pumpen? Ich will jetzt das verkackte Euro-Metra mal irgendwie abfüllen. Das wäre ganz gut, wenn wir was auf Lager hätten, ne? Ja. Aber ich finde da gerade irgendwie nichts zu. Keine Ahnung. Ach so, den Advanced-Tanks haben wir sogar schon hier. Haha. Haha. Oh, wir müssen jetzt auch mal Feierabend machen, sehe ich gerade. Oh ja. Gut. Na, was ist mit dieser Folge? Wir waren sogar ein bisschen produktiv, ne? Ein bisschen, ja, stimmt. Schaut auf jeden Fall bei Siebis vorbei. Vergesst nicht zu bewerten. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Tschüss.